Hallo! Was geht ab? Mein Name ist Ayushi und heute endlich zum ersten Mal ein komplettes Video auf Deutsch. Ich weiß, viele haben sich das gewünscht und ich hatte auch mal eine Umfrage bei Instagram gemacht. Und die klare Mehrheit wollte ein Video auf Deutsch. Damals habe ich dann einfach erstmal ein Video mit deutschen Trigger Words gemacht. Aber nun dachte ich mir, als letztes 1K Special mache ich mal ein komplettes Video. Nur auf Deutsch. Also vielen, vielen herzlichen Dank für 1000 Abonnenten. 1000 Abonnenten. Das ist wirklich extrem, extrem krass und gut für mich. Ich danke euch wirklich sehr für eure Unterstützung und für alles, für jedes Like, für jeden Kommentar. Ich freue mich echt über alles. Ich lese auch wirklich alles. Also ja, vielen herzlichen Dank dafür. Aber ja, ich kriege diese Frage wirklich oft, ob ich aus Deutschland komme. Und ja, ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Und ich spreche Deutsch. Und es ist schon ein bisschen seltsam für mich, hier auf Deutsch zu flüstern. Weil ich das ja normalerweise auf Englisch mache. Und das irgendwie auch natürlicher für mich ist. Aber ich muss schon sagen, es ist auch einfacher auf Deutsch zu reden, weil ich nicht so viel nachdenken muss. Ich kann einfach drauf losreden. Ja, wie auch immer. Lasst uns anfangen. Heute geht es um Personal Attention, wie ihr das sicherlich schon gelesen habt. Und einfach um positive Energie. Ich habe ein paar Trigger hier bereit liegen. Und ja, lasst uns einfach loslegen. Als erstes würde ich gerne anfangen mit ein bisschen Face Brushing. Es ist ein bisschen... Da ich mir mein Handy mittlerweile aufnehme, ist das ein bisschen... Intens. Sorry, ich sollte ja Deutsch sein. Also es ist ein bisschen intensiv. Da ich... Ja, ich muss gerade mal herausfinden. Okay, ich glaube, so klappt das. Ja. Ja, aber jetzt versuch dich einfach zu beruhigen und dich ein bisschen zu entspannen. Ja, ASMR ist für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Ich weiß, dass viele... Also mittlerweile ist das ja so ein Trend, aber ich weiß, dass viele Leute immer noch ASMR für etwas seltsames halten. Und ich meine, ich kann das auch verstehen. Ich glaube, für jemanden, der auch gerade nicht mit dem Internet viel zu tun hat, oder für die ältere Generation, ist das ein bisschen seltsam. Dass, ähm, ja, dass jemand mit der Kamera redet und vor allem flüstert, ja. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber es gibt auch viele Leute, die offen dafür sind. Und, äh, ja. Gerade auch in meinem Umfeld, also, sind das sehr geteilte Meinungen über ASMR. Viele denken, dass das, ähm, ziemlich seltsam ist. Aber viele finden das auch ziemlich cool. Also bin ich ganz froh, dass ich da Leute habe, die das auch cool finden. Weil sonst ist das ja für einen auch blöd. Aber ja, jetzt erstmal Augen schließen. Augen schließen und entspannen. Ja, ich finde das immer ganz, ganz entspannend, wenn du, ähm, mit einem Pinsel, zum Beispiel über deine Haut oder so, fährst. Ich meine, das macht ja auch Geräusche, aber ich finde, das ist sehr, sehr entspannend. Gerade auch im Gesicht, das werde ich jetzt nicht machen, weil ich sonst mein ganzes Make-up hier auf, äh, ja, auf den Pinsel hier verschmiere. Und dann meine Kamera, beziehungsweise mein Handy, weil mein Kopf ist. Und das wollen wir nicht, oder? Ja. Also wie gesagt, es ist ein bisschen seltsam, jetzt hier auf Deutsch dieses Video zu machen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich jetzt mehr rede. Gerade so ein Lava-Flash. Naja. Okay. Lass uns weiter machen. Ich wollte ein bisschen... ...Mac-Brushing auch machen. Da ich finde, dass das sehr, sehr entspannend ist. Ja. Es ist alles okay. Alles ist wunderbar. Alles ist so, wie es sein soll. Es gibt immer einen Grund für alles. Also. Entspann dich. Mach das Beste aus deiner Situation. Und... ...du vertraue dir selbst. Du bist... Du bist... Du bist besonders. Du bist einzigartig. Du hast... ...alles... ...was du brauchst in dir. Also jeder, der jetzt hier Deutsch versteht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr mich verschenken könnt. Und... Ja. Wie viele von euch eigentlich Deutsch sprechen. Das würde mich echt interessieren. Ähm. Um zu wissen, okay. Ob ich das öfter machen soll. Ob ich öfter mal Videos... Ähm. Ja. In Deutsch machen soll. Also. Schreibt's in die Kommentare. Ihr müsst auch nicht viel schreiben. Wie könnt ihr denn schreiben? Ja. Dann weiß ich das ja. Und äh. Ja. Dann kann ich auch mal sehen. Wie viele Leute aus Deutschland hier zu schauen. Okay. Okay. Und jetzt entspanne ich einfach rund. Hör einfach nur auf die Geräusche. Ich hatte diese... Diese Kappe hier. Diese Kappi. Hätte ich mal von meinem Vater mitgebracht. Aus Prag. Ähm. Leider. Ja. Und zieht er sie nicht auf. Ich weiß nicht. Irgendwie hat die Kappi aus. Also. Ich fand sie cool. Und deswegen. Dachte ich. Ich zieh sie heute mal auf. Und. Also. Ich glaub's nicht Leute. Es ist glaube ich. Lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, es ist halb zwei, halb zwei Uhr morgens und es waren dauernd Autos vorbei, es ist so seltsam und heute ist Donnerstag. Also ich verstehe echt nicht, wie spät ich noch aufnehmen soll. Es ist nicht so schlimm, weil wir sehen ja heute alles ganz positiv und ich weiß es nicht immer einfach, positiv zu sein oder positiv zu bleiben. Ich finde das auch ziemlich schwer. Ich bin auch ein Mensch, der schnell mal irgendwie genervt ist von Sachen, die man selber nicht kontrollieren kann. Soweit manchmal auch von Sachen, die man hätte kontrollieren können, aber es irgendwie nicht getan hat und dann läuft irgendwie alles schief. Ich kenne das sehr gut dazu. Ich denke, das kennt jeder. Aber ich habe in letzter Zeit oder ich versuche in letzter Zeit immer, mich nicht so schnell aufzuregen über Sachen und einfach mal drüber zu stehen. Und irgendwie die Sachen so ein bisschen einfach laufen zu lassen, ohne dass man groß sich ausmalt, was man hätte anders machen können und so weiter. Ich meine, natürlich ist es gut, Sachen dafür passieren zu lassen und ja, wenn mal was schief läuft, zu analysieren, okay, was ist eigentlich schief gelaufen und wieso und hätte ich das irgendwie anders machen können, hätte ich das ändern können und so weiter. Das ist ja alles sehr wichtig, aber manchmal sollte man die Sachen vielleicht auch einfach akzeptieren, wie sie sind und ja, einfach weiterleben, ohne sich groß genannten zu machen. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit ist es ziemlich schwer, ja, loszulassen. Ich meine, wir haben so viele, so viele Sachen im Kopf und manchmal ist es dann schwierig abzuschalten, weil man ja einfach so viele Dinge hat, über die man nachdenken könnte. Ich verstehe das total, aber ich bin auch so ein Mensch, ich glaube, ich kann auch sehr gut abschalten. Da bin ich echt sehr froh drüber. Aber natürlich gibt es auch Tage, wo ich, ja, zu viel nachdenke. Und das wollen Worte vermeiden. Heute geht es nämlich darum, einfach positiv zu sein und seine Gedanken loszulassen und sie einfach passieren zu lassen, sage ich mal, um nicht groß an ihnen festzuhalten. Ja, also ich bin ein großer Fan von, von einfachen, einfachen Meditationstechniken. Und ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Meditation, aber in der letzten Zeit oder in den letzten paar Wochen habe ich mal eine Meditation besucht. Und es war sehr interessant, was ich da gelernt habe und eventuell mache ich da auch mal ein Video dazu. Wenn ihr das wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Lust auf so ein Video hättet, wo ich ASMR-Meditation mit euch mache. Und ich habe jetzt noch ein Video. Das war's für heute. Ich habe jetzt noch einen Tracker, den ich auch schon auf meinem Kanal hatte vorher und der kam auch ziemlich gut an, deswegen dachte ich, wir können das heute wieder benutzen, einfach um den Sound noch ein bisschen zu erweitern. Ich hatte das, glaube ich, wirklich nur kurz gemacht. Ja, aber es kam ziemlich gut an. Also, los geht's. Und für die Leute, die sich jetzt denken... Das war jetzt wirklich nicht viel Personal Attemption. Mir ging's jetzt hauptsächlich darum, ja, einfach mal ein bisschen mit euch zu reden, ein bisschen offener zu reden, sag ich mal. Aber das fällt mir natürlich leichter, wenn das auf Deutsch ist. Ich meine, im Englischen ist das, ja, ist alles sehr bedacht, was man sagt. Es ist natürlich nicht die Muttersprache. Und im Deutschen habe ich einfach das Gefühl, dass ich ein bisschen offener reden kann. Ja, deswegen ist das auch irgendwie Personal Attemption für mich, weil ich euch diese Attemption gebe, indem ich euch, ja, Sachen einfach mal erzähle. Und wenn es hier gibt, dann geht's mir ganz und schwauben, wenn ich mich auf meine Aufmerksamkeit mache. Und dann nehmen wir das, wenn ich das eine Erkussprache mache. Und deshalb haben wir das, wenn ich euch hier mache, ein bisschen kalt, wenn ich euch das, wenn ich alles um und zu erzielt habe. Und dann haben wir einen Raum, wir mal nicht am Ende, aber mich auf jeden Fall, sind auf jeden Fall, die Leute dabei! Also, ich sage mal, wenn immer ich euch das gerne mache, wenn ich das so gerne mache. Ich mache dir das gerne mache. Und wenn du sagst, dass ich mir das gerne mache? Und wenn ich mich so gerne mache, kannst du dichkor wenn ich nicht mache, sie dichos zu dir macho tutte. Okay, das hier ist eine Augenbinde, also zum Schlafen und ich finde die aber so extrem süß, dass ich mir dachte, das sieht auch als Mic Cover gar nicht schlecht aus und damit hat Mic Touching irgendwie eine ganz andere Soundqualität. Also entspannt euch einfach und ja, versucht auf die Gerüche zu achten und stellt euch einfach vor, ihr werdet in einem Spa, wo ihr rundum verhöhnt werdet. Denn heute geht es nur um euch, um dich, um jeden einzelnen von euch. Ja, ich finde es echt cool, dass ich das hier machen kann. Das ist ja schon etwas Besonderes, muss ich hinzugeben, muss ich auf jeden Fall zugeben. Guckt euch diese extrem süßen Ohren an, ich meine, wer kann da noch widerstehen? Ich nicht. Jetzt werde ich ein bisschen in eure Ohren mit diesem tollen Brush hier. Das ist ja, ich glaube ein Highlighter Brush eigentlich. Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Brushes, aber ich glaube, das ist ein Highlighter Brush. Und ich finde es einfach mega, mega cool, wie das aussieht. Deswegen werde ich euch damit ein bisschen leucheln und verwöhnen. lorsque ich ja soll «hooking fühlen drinnen посмотрisch nicht, das ich leuche vielleicht überschauen» Eu meine, was ich lelass Ich hoffe das 의 제가. Das ist jetzt der etwas, im Spontanteil des Videos, wo ihr sanfte und langsame Geräusche hören werdet. Es war richtig über deine Stirn mit diesem Highlighter-Busch. Und es war noch extrem entspannend. Extrem entspannend. Jetzt bin ich wieder von deinem Ohr, von deinem linken Ohr. Und geh über deine Stirn zu deiner rechten Ohr. Jetzt geh ich über dein Ohr, wieder zu deinem Kopf. Ich streife ein bisschen auf deinen Haaren entlang. Jetzt komme ich zu deinem Hinterkopf. Erst gehe ich an deine linke Wange. Und dann über deine Lippen zu deiner rechten Wange. Und das ist einfach nur entspannend. Du fühlst dich einfach wohl. Und spürst das Kribbeln, was sich von deinem Nacken auf deinen Kopf ausbreitet. Und runter zu deinem Hals. Also es fängt in deinem Nacken an. Ganz ein bisschen. Jedoch zu deinen Ohren. Dann zu deiner Stirn. Und dann wieder runter zu deinem Hals. Und das, meine Freunde, nennt man Tinkus. Tinkus, 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 Tinkus. Noch ein paar Visual Triggers machen. Zum Schluss. Zum Schluss. sincerely. Zum Schluss. Zum Schluss. Zum Schluss. Zum trens. Wчиhtー. I wanna歌? Zum Schluss. utta put zum Schlussă. Emmergänger ja. Danke, 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 ich danke dir, 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 dir und dir, ich danke euch allen dafür. Danke, dass ihr heute dabei wart, ich fand, das war echt eine sehr coole Session, das war eine sehr coole ASMR Session, ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich, ich meine, ich bin immer ich selbst, wenn ich meine Videos mache, aber klar, wenn ich hier auf Deutsch rede, dann ist es für mich natürlich auch selber authentischer. Ja, trotzdem werde ich weiterhin meine Videos auf Englisch machen, weil ich das auch super, super cool finde, ich finde halt irgendwie auch, dass es auf Englisch, ja, irgendwie allgemein besser ist, also ich höre mir auch sehr gerne ASMR auf Englisch an, ähm, keine Ahnung wieso, ich meine, ich finde Deutsch an sich auch schon cool, aber irgendwie, ja, preferiere ich da schon Englisch. Ja, deshalb werde ich auch weiterhin auf Englisch meine Videos machen, natürlich auch aus dem Grund, ähm, ja, weil man da einfach auch die ganze Welt anbrischen kann. Ähm, aber hier hin und wieder mache ich auch gerne ein Video auf Deutsch, wenn euch das gefällt. Ja, wie gesagt, schreibt es mir gerne, ähm, unter, unten in die Kommentare und, äh, dann habe ich auch echt kein Problem damit, öfter einfach mal ein Video auf Deutsch zu machen. Und wie gesagt, ist auch für mich natürlich entspannter, äh, da ich nicht so viel darüber nachdenken muss und, äh, nicht die ganze Zeit Wörter suchen muss. Das passiert mir echt oft, dass ich dann vor der Kamera stehe und mir denke, wie war jetzt nochmals Wort. Aber ja, im Deutschen, klar, so Sprechfehler, Sprech, äh, ja, so Versprecher passieren natürlich auch, aber das liegt dann meistens nicht daran, dass einem die Worte fehlen, sondern, ja, dass man einfach zu schnell ist. Also bei mir zumindest. Aber ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, ja, ich, äh, freue mich schon wieder auf die nächste Woche. Dann geht's weiter mit, ähm, ja, Videos und zwar jeden, also und zwar wieder am Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Das ist ja jetzt mittlerweile mein, äh, Upload-Schedule, wie man so schön sagt. Und, äh, das werde ich auch weiterhin durchziehen, soweit ich kann. Ja, genau, also wir sehen uns dann, ähm, am Dienstag. Bis dahin. Ja, genau, also wir sehen uns dann, ähm, am Dienstag.